Ahoi Lieben! Am 9.6. ist Kommunalwahl hier in Dresden und natürlich drehen wir Piraten auch diesmal wieder mit einer eigenen Liste für diese an. Unsere Kampagne-Website zur Missionen Stadtrat Entern ist nun endlich online. Dort findet ihr eine interaktive Karte, wo ihr nachschauen könnt, welche unserer über 50 Kandidierenden in welchen Wahlkreisen zur Kommunalwahl antreten und wen ihr als Wählerinnen und Wähler letztendlich am 9.6. wählen könnt. Des Weiteren findet ihr dort unser fortschrittliches und progressives Wahlprogramm, gegliedert in Themenbereiche mit über 125 Punkten, sowie die Möglichkeit uns mit einer kleinen Spende im Wahlkampf zu unterstützen. In diesem Sinne, bitte geht am 9.6. zur Kommunalwahl alle wählen, denn wir können es uns echt nicht leisten, dass Dresden weiter nach rechts kippt. Also, wir sehen uns auf der Straße und im Wahlbüro.